ja hallo meine lieben ich wünsche euch einen schönen samstag hinter mir seht ihr schon die ersten zwei reihen da wird wieder gemauert heute sind sie nur mit drei leuten hier vielleicht haben gestern bei seinem geburtstag einige zu viel getrunken wer weiß ja steine sind auch geliefert worden sehe ich sand und kiss auch es ist heute mal wieder erbärmlich heiß die kühligen faul rum da ist auch nicht mehr viel gras da ja mal schauen was so alles noch passiert ja wie gesagt sie sind nur zu dritt was er bei meinen nachbarn im teich wird auch immer weniger aber er will das komplett ablassen und dann abfischen da das hier so üblich wie gesagt da gibt es nicht mehr zu berichten ja einige hatten noch mal wegen den steinen gefragt ich lege mal meinen finger drauf dann könnt ihr sehen wie schmal die sind aber das ist hier so üblich die hausmauern sind auch nicht viel dicker so dick wie das fenster dann aber das hält alles das hält auch bei anderen dann wird es auch bei uns halten ja Untertitelung des ZDF, 2020